Hallo liebe Kinder, wie wir wissen, sind wir mittlerweile über 6 Milliarden Menschen auf der Erde. Alle wollen essen und trinken und mittlerweile gibt es ganz viele in Dosen, Flaschen, was mit Papier verpackt ist und mit Plastik. Da diese Rohstoffe, aus denen sie gemacht werden, nicht unendlich zur Verfügung stehen, müssen wir daran denken, dass wir sie in irgendeiner Weise ein zweites und ein drittes Mal benutzen. Mit Aluminium kann man das besonders gut machen. Wie das geht, wie der Kreislauf entsteht, das zeigen wir uns heute. Wir gehen in den Supermarkt, kaufen eine Dose. Was soll es sein? Einmal Cola? Ich hätte gerne die Cola, die sieht ganz gut aus. Danke schön. Ja, nachdem sie leer ist, bringen wir sie zu dem Automaten, dem sogenannten Pfandautomaten, und packen die Dose dort hinein. Jetzt fährt die Dose, wenn genug gesammelt worden sind, zum nächsten Recycling Center. Dahin wird sie mit LKWs gebracht. In dem Recycling Center wird die Dose erstmal zerkleinert. Anschließend eingeschmolzen. Daraus entstehen dann wieder neue Dosen. Die fertigen Dosen kommen dann wieder in den Supermarkt. Und können da dann wieder verkauft werden. Was soll es denn diesmal sein? Ich hätte gerne diesmal eine Sprite. Ja, bitteschön. Dankeschön. So, hier haben wir euch jetzt ganz kurz erklärt, wie Recycling bei Aluminium funktioniert.